Ah Gott. Du bist nicht müde, Eddie. Ja, keine Ahnung, mein Headset müde tut doch nicht. Oh Gott, er lacht schon wieder. Klubi, save Klubi. Das kann teilweise so ein Input lag sein. Ja, wir haben irgendwas lag. Das war schon das ein oder andere Mal. Tobi auch ein bisschen geleckt. Ja, ich bin durchgegangen. Das kann teilweise sein, dass die Tür zu ist und dann ploppt er noch auf oder er verschwindet. Ja, und ich schlade ja meine Version hoch. Ich bin durch die Tür und dann geht die Tür hinter mir zu. Ich bin durch die Tür. Du nubel, da. Ich lebe.